5, 1, GO! Hier, da war ein Knife! Was? Nein! Da war ein Knife! Kennen wir auch schon hier, ne? Oh, nein! Oh, ist das ne Randwaffe! Sein ganzes Leben ist an ihm vorbei! Sein ganzes Leben ist an ihm vorbei! Sein ganzes Leben! Da war einfach ein Knife! Der kleine Michi wollte schon immer mal ein eigenes Knife haben, jedoch hatte er immer nur das gute alte Küchenmesser von seinen Eltern. Deswegen öffnete er sehr viele Kisten, um sich sein eigenes Knife zu ertragen. Mit diesem Knife ging er durch gute, wie die schlechte Zeit. Eines Tages wollte er auf der Website CS-Gutstands einen 30$-Pot mit seinem Inventar snipen. Jedoch kam er mit seinem Inventar erst in die nächste Runde. Wenn ich das Verlier öffne, ich habe keine einzige Kiste mehr. Dann kauf mal Kandus Games. Oh, was? Oh, was? Oh nein! Wie viel Prozent? 22,6. Ey, wenn du gewinnst! Ey, Blue Steel ist ja mal so geil! Hey! Alter! Ich sag nix! 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 Ich möge mich! Tschüss! Ich sag nix! Ihr hat's nix! Aber ich bin da aufgestanden. Ich geh gerade ein bisschen in den Zimmern. Auf welcher Seite seid ihr auf Schuble? Na, das ist großartig. Ich schick den Link. Ich kann doch den Link schicken, den Irritator zu füllen. Ich verlinke es doch mal, bis das reicht damit! Vor allem, er mutet sich! Hör weiter, man! Hör weiter! Ich verliere es, ey! Komm, ihn hol! Wo sind deine zwei Dollar? Nee, mach ich nicht! Komm, komm! Komm, wenn der! Na, ist er schon zu spät! Ohhhh! Alter, wenn ihr es sehen würdet! Wie viel zieht da, Mann! Warum nehmen wir so einen Pott, Mann? Ihr wollt grad rausgehen, Mann! Er hat als erstes gesetzt. Oh, oh! Ja, denk mal, ich riecht sich auf. Auf einmal sehe ich mein Ding wie die Autos durchgehen. Okay, ich muss wirklich so zu sehen. Ganz voll. Die Autos tief durchatmen, alles wird gut. Alter, wie viel ist da drin, Mann? Nein! Wie viel Lack der Typ hat, der Shit! Alles gewonnen! Alles weg, Mann! Alter, wie viel Lack der hat! Der Sackfresser, Mann! Ja! Ja! Confirm! Ich kaufe keine Skins mehr! Na doch, ich kaufe mir jetzt nur so 1 Euro Skins! Ich fölfe jetzt alles an den Skin ab und dann spüle ich einfach nur mit dem Spiel! Wo willst du die Titan-Matter noch? Kimmt! Die quälen dir zu! Oh Mann! Eins! Go! Du, da war nein! Was? Nein! Da war nein! Was? Nein! Oh nein! Oh nein! Ist das ne Randwaffe! Sein ganzes Leben ist an ihm vorbei! Sein ganzes Leben ist an ihm vorbei! Sein ganzes Leben! Das war einfach an da hin! Nach einem CSGO Competitive Match öffnete er eine Random Kiste und zog ein neues Knife. Wie die Reaktion danach? Oh, da merken wir es eh nicht. 100 Pinant Jasimov. Michi, wegen dem mache ich so eine Kiste auf. Du, Felix hat auch ein Wasteln. Zieht aber ein Knife. Oh, es war so klar. Yes, Nova Ranger. Erstmal ist es Zeitmatch gehen und das Knife anschauen. WTF, man, das muss so umpassen mit dem Moment. Ach, dass du voll ausrastest? Nein. Oh, lol. Wir haben einen Knife gezogen, ja? Oh, ich denke, das ist eine Energie bis zum ersten Mal. Ich habe Überschwemme gemacht. Oh, äh, Nummer 93. Nummer 93. Von mir aus, Wind gemacht. Ich habe michi. Nein. Nein. Hättest auch ein Stead-Pick für den Pfeiger zu sparen. Nein. Was ist das denn für eine Ausfrage? Sollten wir uns noch freuen über die Einrichtung. Absolut. Ja, check den Witz dahinter. Du hättest auch... Du hättest auch ein Garambi. FN... Äh, ja, Scheiße. Was ist Scheiße? Muss werden muten? Scheiße, haben wir doch gemutet. Oh, Mann. Ja, du kannst wieder allein mit Rage ausbilden. Es gibt die Bonuswaffen. Ah! Sehr gut. Zwei Mal! Zweimal diese Dreckswaffe, diese Ranzenwaffe. Zwei Mal! Misere, die wir mit Rage ausbilden haben. Das sind die ganze Teile in eine Minute. Das ist auch sehr.